Wir machen weiter bei Titan Quest, der nächsten Schwierigkeitsstufe. Ich glaube, episch sind wir jetzt. Wir haben die Halskette besorgt und tun uns dafür gleich mal die Belohnung ab. Die Halskette! Ach, möge die Göttin Hera dich segnen! So, wieder 30.000 Erfahrungen. Alter, alter. Noch 100.000 zum nächsten Level. Das dauert also noch ein bisschen. Ich habe das doch gehört. Erfangtes Gefieder. Ne, reines Gefieder ist das. Wo liegt denn das jetzt? Da, es sieht auch anders aus. Episches, aha. Kann man nicht miteinander kombinieren. Verdammt, die ganzen alten Dinger sind jetzt nützlos. Okay, dann sollten wir die mal irgendwie aufbrochen, würde ich sagen. Haben wir irgendwas für die Waffe? Körperschutz, Kopfschutz. Auch damit. Haben wir irgendwas noch für die Rüstung? Kann alle Schilder, brauchen wir nicht. Ich glaube, die kann man einfach nicht verbessern. Ich glaube, die kann man einfach nicht verbessern. Wenn ich mal was sehen würde. Wir gehen jetzt mal den Weg entlang. So, und hier links lang. War hier nicht eigentlich irgendwo nicht rum, oder ist das random? Noch mehr kannst du nicht tragen. Richtig? Richtig. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ja, so ein Platzding. Scheinender Erfahrung. Hä, 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 hä. Kommt alle her. Ja, hä, hä. So, jetzt schnell wieder hier runter, den nächsten Gegner fertig machen. Ah, verdammt. Schon ist der Bonus vorbei, kann ich auch wieder zurücklaufen, um den Kram einsammeln. Ich kann mir nicht irgendwie Skelett. Krieger eigentlich raus. Na, vielleicht täusche ich mich auch wieder. So, jetzt haben wir, glaube ich, soweit alles aufgedeckt, oder? Ja, müsste so sein. Da haben wir noch welche? Bestimmt haben wir auch schon welche zu uns und wo die Stiegen lassen hat, ist egal. Und über den Fluss. Und jetzt müssen wir bald bei diesem Heerlager ankommen. Und jetzt sind wir! Wir spielen mit dem Heerlager. Kassel das Grüne Tieres, keine Ahnung was Tieres ist noch mehr kannst du nicht noch mehr kannst du nicht halten ist ja gut ich bin mir gleich guten morgen freund doch jetzt nein 16 Stärke so den Rest halten wir erstmal auf Wiedersehen mein Freund und weiter geht's ich musste mal vergleichen wo wir jetzt wir sind der beteiligten folge wo wir da oder sind wir bettet und dort unter vierten stoffe der dritten wo wir dann in den ersten netzplay waren das problem war ja daher noch dass wir echt jeden scheiß mitgenommen haben und verkauft haben das machen wir jetzt ja nicht mehr aber ich denke auch so sind wir ziemlich viel schneller unterwegs und allein durch unsere beiden Gefährten das ja 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 das war nicht so die idee dann doch etwas viel gerade wird hier abgeht da kann man jetzt gut aufgeräumt ups einen scheiß gesammelt einfach alle anlocken und dann müssen die schlacht hier bald müssen wir unseren erdkern bewohner wieder erwecken so und hier war ja eigentlich glaube ich irgendwo noch eine ruine oder stimmt hier aber eine glückliche truhe nur jetzt brauche ich doch ein bisschen mehr trinken ich glaube es hat endlich wurde auch mal wieder zeit so gucken wir mal nachher hier haben wir glaube ich alles verbessert genau das gefällt mir zwar auch aber da brauchen wir noch so viele punkte so so und ab zu den nächsten es gelitten jüdendorf jüdendorf ja 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 gleich ein könig die darf sich an arbeiten jetzt wird wieder zeit für ihn vor sein spitze bedanke mich bis dann Na komm, die machen wir noch ein Blatt. Zack. Ciao.